Das spannendste Spiel der Euro 2020 war das Duell zwischen Portugal und Deutschland. Portugal besiegte Ungarn im ersten Spiel mit 3 Doppelpunkt 0 und ging mit Ronaldo gegen Deutschland in Führung, aber die Panzer schafften es, anders zu gewinnen. Mit diesem Sieg konnte sich die Mannschaft von Jörg Himmler vor den letzten Spielen der Gruppe F, der sogenannten Todesgruppe, durchsetzen. Der amtierende Europameister Portugal verlor anders gegen Deutschland. Deutschland verlor im ersten Spiel mit 0 Doppelpunkt 1 gegen Frankreich und gewann 4-2 gegen Portugal mit Toren von Robendias, Guerreiro, Havertz und Gussens. Cristiano Ronaldo und Jota erzielten Portugals Tore.